kommt eine truhe mitgenommen dieser kristall ist blank kein zeichen nicht stimmt man sieht es sich ja nur im schein des lichts da guck mal hat es nicht sehr schön es leuchtet sonst nichts ich lasse mich mal aufladen guck mal das sind laternenfisch also gar nicht so richtig wo wir langgegangen sind und wo nicht aber wir hier waren wir überall noch nicht wir sind die ganze zeit von rechts gekommen ich habe jetzt entdeckt mein green hat es aufgeweckt allerdings das zeigt die richtigen die welt ja wie du bei einem anderen war auch ein teil ich wusste nur nicht ob er einfach nur die richtung anzeigt oder ob man da noch was machen muss aber hier unten auch das ist zimmels weg wir sind richtig müssen ihm folgen das ist wichtig sonst sonst wüssten wir müssen wahrscheinlich dahin wo es so dunkel jetzt hier ja würde mal krasser hier noch ein versteckter hinweis sind gut das ist der beweis aber nicht hin ja geschliffener rubin zweimal sehr schön naja hier oben geht es ist voll der wasserdampf oder das ist ja schwer schaffst du das nähe ich glaube nicht doch aber es ist sehr heftig sind wir noch unter wasser ich habe keinen bock da ist das schwer ja 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 oh nice oh wie du das gemacht hast sauber hier geht es noch hoch doch ach ja stimmt sieht man kaum sieht aus wie so geht der jetzt wo du sagst das war alles korallen das sind korallen jetzt wird es endlich hell ich habe ich schon kommen die welle ist eingefroren wir sparen uns mal ein paar kämpfe aber das ist wieder so ein rast aber es ist cool dass ich eigentlich schon ankommen kann ja aber das ist sowieso eher eine traumwelt oder irgendwie so einer Meta-Welt. Ein Pferd. Ach, guck mal, Eri. Becken, gib mir Freisicht. Ach ja, zeigt mir Vaters Not im hellen Licht. Euer Gnaden, die Flut wird schlimmer. Schwach ist sein Atem, er fiebert noch immer. Vater, so erhebe dich. Hörst du das Schreien deines Volkes nicht? Den müssen wir retten. Krass. Oh, hier geht's voll weiter, aber da ging's auch nach unten, ne? Was ist das hier? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinlaufen soll. Viel zu groß, ne? Oh, es ist jetzt automatisch. Ähm. Nein, nein. Da ist ein Bekenntnis. Da ist ein Bekenntnis. Nein. Oh, nein. Ach, nur so ein olles Flieger. Äh, das ist aber ein Boss. Echt? Mist. Nein. Aber das ist die Musik vom Boss. Ja, das ist ein Boss. Kacke. Was ist denn das? Ein Boss. Ah, das sind... Das sind du, die Kreaturen. Okay, warte. Erstmal einen Plan noch. Ich werde die jetzt erstmal alle lähmen. Oder? Warte. Oder erst mal einen Schluck trinken. Ja. Ähm. Ja. Mit Gen. Ja. Wie das aussieht, ist viel, ey. Das ist krass, ne? Wie so ein Hammerhai, aber ultradünn. Also so ein Hai. Ein Hai-Kopf mit so einer Finne. Das ist so dünn, das kannst du einfach einmal durchschneiden. Stimmt. Nimm eine Schere als Waffe. Und die hat eine richtige Hand, so wie das aussieht. Ja, stimmt. Ähm. Paralyse alle. Tod durch Nagelschere. Geil. Ähm. Und dann würde ich Aurora nehmen und mal einen Lichtantruck machen. An alle. Ja. Ja. Sehr schön. Wir bleiben jetzt in der Vorbereitungszeit. Alle in der Vorbereitung angehalten. Alle unterbrochen. Hatte 300. Das Gute ist, die können auch nicht kontern, wenn man die eingefroren hat. Alle Aktionen werden unterbrochen. Also werden alle Switch. Das hätte uns auch geholfen. Hast du gesehen, wie viel Schaden das bei dem gemacht hat? Mega. Ja. Nein. Hast du gesehen? Wie viel Schaden ist bei dem Boss? Nee, beim Boss war nicht so geil, glaube ich. Bei dem Tod war 300, glaube ich. Ich glaube, bei dem Boss war nur zweistellig, wenn ich mich richtig... Jetzt ist die Frage, soll ich einfach mit ihr immer leben jetzt? Oder wollen wir... Oder wollen wir... Das ist halt nicht... Würde ich situationsabhängig machen. Okay. Also, jetzt war es gut, damit man am Anfang reinkommt. Muss aber jetzt nicht die ganze Zeit sein. Nee. Ich würde gucken, wenn wir es nicht anders hinkriegen, die zu unterbrechen oder so, dann kann man die erleben. Ja. Okay, dann könnten wir... Warte mal, ich könnte... Ja, mit Aurora würde ich wieder Lichtangriff machen und mit Finn könnte ich ja einen krassen Blitzangriff machen. Mhm. Ich mache nochmal Sternenlicht, weil dann der Tod besser... Stürmt. 119 war ein Boss. Ach doch, war auch nicht schlecht. Verwundbare Schlitz, der Boss. Ah, super, nice. Jetzt müsste ich den Boss aufhalten, ne? Mit nem Mittelding wahrscheinlich. Oder überrumpeln? Wobei, nen Schneller... Ne, nen Schneller ist nicht vor dem Typen. Dann mach ich erstmal einen normalen Hieb gegen den Boss, dann ist der, dann wird er unterbrochen. Schaffst du das noch? Vor dem Boss, ja, aber... Okay, der ist gar nichts gemacht, okay. Also nichts Schlimmes. Er hat sich irgendwie gestärkt. So. 35. Ist egal, ich wollte ihn nur unterbrechen. Boah, der ist gleich schon wieder da. Ne, ne, ich bin vorher... Ich unterbreche ihn nicht. Ah, der ist schnell. Ah, der macht jetzt mal... Ah, Mist, beide, okay. Jetzt bräuchten wir was Schnelles wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, wie schnell der Boss ist. Ja, ich glaub, der ist nicht schnell. Hängt er schon durch, der Boss? Nein. Aber der Gargoyle... Ja, der andere. Genau, den müssten wir erstmal... Ist richtig. Ich mach aber erstmal Po zu überrunken. Und dann nochmal fetten Blitz. Ja, der ist schnell. Ja, der ist schnell. Sehr schön. Ja, der... Da brauchen wir wahrscheinlich getötet. Was ist das? Noch nicht. Noch nicht. Aber es dürfte nicht mehr viel fehlen. Und dann... Unterbrechen, ne? Ich würd... Vielleicht beide überrumpeln damit... Ach ne. Oder nur den Boss? Ne, beide. Ja. Ich probier nur beide. Ja. Perfekt. Sehr gut. Ja, ist wahrscheinlich weg. Ja. Ja, sehr gut. Gut, jetzt können wir uns um den Boss kümmern. Auf jeden Fall Blitz. Oh, 400. Sehr schön. Richtig nice. Dann mach ich jetzt einfach mal... Wieder... Ähm... Ach so. Stimmig. Weil die Vorbereitung ist halt... Ich hätte ihn versucht zu lähmen. Kannst du auch. Warum nicht? Ach so lang. Du unterbrichst den ja dabei dann auch, aber... Aber der ist halt lang. Dann kriegst du ihn vielleicht nicht, ja. Na, lieber unterbrechen. Kannst du ja auch Aurora nehmen. Und einen schnellen... Ach ne, Blitz war... Äh... Muss ich Rubella nehmen. Oder... Dings... Wo ist der Ding? Tristis. Na, hätt's wahrscheinlich geschafft, ja. Gleich, aber... Wusste man ja nicht. Jetzt nochmal fetten Blitz. Äh... Äh... Jetzt mach ich mit... Gän... Paralyse. In der Vorbereitungszeit, ne? Da... Das ist ganz cool. In der Zeit kann ich mich regenerieren sogar. Stimmt! Also ein bisschen dadurch. Ja, stimmt. Jetzt kann ich nochmal jemand anders. Ein bisschen stark. Ja, das ist voll cool. Wir rasen da einfach nur so rum. Jetzt sind wir frei. Okay. Ja, ich habe keine Magie mehr. Ah, Mannertrank? Ich kann etwa einen anderen Charakter nennen. Ja, Robert. Stimmt, Robert. Warte mal, was haben wir denn jetzt? Keilregen. Behindern. Stimmt. Das kann ich doch machen. Oder Doppeltreffer. Ah, das bringt nichts. Naja, das ist mit dem Sterben, ne? Das muss ich mal windern. Unterbrochen, sehr gut. Okay, er hat kaum Schaden gemacht, aber er hat ihn verlangsamt. Richtig. Zusammen mit meinem Blenden kommt er kaum noch voran. Ich mache mal einen Hieb. Ich weiß ihm, wie viel Schaden das macht. Oh, nicht geht. Gut, äh. Der Hieb hat aber gereicht, um den Körper zu durchtrennen. Haha, stimmt. Die Schere. Dann mache ich mal einen Pfeilregen. Die Pfeile. Diese Pfeile, ey. Blitzpfeile sind die irgendwie. Hat aber trotzdem nicht viel geschadet. Ne, das stimmt. Aber immerhin. Ich kann ja noch mal behindern. Der ist ja noch langsam vor. Der behindert auch schon durch. Ne, ich nehme mal hier ... Wie lange der jetzt verlangsamt ist, ne? Sehr schön. Stuchmannschee! Sehr schön. Und die nächste Stufe passt voll. Ja. Wie cool. Das ist das auch. Boah, was jetzt alles hier für Boosts kommt. Guck mal, hier sind nur vier gewesen. Manchmal, ich weiß auch nicht, wonach sich das berechnet. Boah, 41 schon. Nochmal 11 rauf. Krass. Echt alle aufgestiegen. Aber wir haben auch mit allen gekämpft, ne? Ich denke auch, dass das mit einem... Richtig nice. Ein facitierter. Cool. Ja, wir müssen immer mal einfach gucken, dass wir dann die Okuli austauschen. Genau. Das war's. Äh, dann sind wir hier irgendwie. Oh, guck mal da. Wer da wartet. Ach der. Alter. Ey, das war doch wie dieser Gargoyle, der so aus Stein war. Und dann auf einmal aufwacht. Die hab ich überhaupt nicht gesehen. Ähm. In welchen Schlund gehen wir hier? Hier ist der Schlund. Wiederbeleben mal vier. Boah. Heftig. Ja, da kommt noch ein Kampf, du. Ich sag's dir. Nur noch ein paar mehr, glaub ich. Und da werden bestimmt einige sterben. Hier ist ne Tür. Hier ist der Hebel dazu. Aha. Ja, ich weiß jetzt... Ah, hier. 16. Oh, das ist wieder ein Brief von der... Ah, jetzt hat das sofort geöffnet. Das ist der letzte. Das ist doch Sophie, oder? Ja. Sophie Eshton Ellis. Herr Elme, es ist schlimmer als ich dachte. Zwei Männer sind mir durch den Spiegel gefolgt. Sie sind hinter ihnen her. Ich hoffe, sie finden diese Zeilen. Oder besser. Sie sind ganz weit weg. Einer der Männer hat eine Waffe. Ich verlasse jetzt die Hütte und gehe in die Berge, in den Schnee. Sollten sie dort sein, halten sie sich warm. Ich komme. Sophie. So spannend. Oh, krass. Aber ist der letzte, ne? Es hat so seltsame Geräusche gehört. Weitere Notizen aus Walter das Buch. Krass. Das ist jetzt der letzte hier, aber ich weiß nicht, ob die eine Reihenfolge haben. Also die hier vielleicht, aber diese Zeilen. Ja, die sind der, ja. Den ersten. Wahrscheinlich haben wir den übersehen. Ja, am Anfang haben wir ja noch nicht so viel. Da konnte ich ja auch noch nicht fliegen, ne? So, jetzt geht's richtig ab. Zwei. Wir gehen Richtung Sternenlicht, haben wir gesagt. Genau. Oder? Ja, würde ich machen. Ja. Hieb alle? Zwei Sterne? Willst du da erstmal hin? Den würden wir erreichen. Ja, können wir auch machen. Hieb alle, machst du doch auch manchmal. Mach ich auch öfter. Der ist, obwohl der ist sehr lang. Ja, aber es egal. Wenn man, wenn man den überrascht, dann geht es ja am Anfang. Sie hat sogar drei. Da wird man die beiden kriegen. Oha, über Rombelungen. Cool. Ein Sturz. Und ist halt immer noch kurz, ne? Trotz drei Sterne. Und der eine Stern war Angriffs 19 und der ist jetzt 41. Oha, ja, unbedingt. So, und jetzt hätten wir noch, könnten wir noch 10 Verteidigungen aufraten. Ja. Und dann bräuchten wir jeweils zwei für die anderen. Nö, ist so super. Findert auch drei. Zorn der Capilli ist passiv dabei. Ja, das richtig. Alle Zauber 30 Prozent, das ist richtig krass. Ja. Das kriegen wir nicht. Hey, sparen wir noch. Sparen wir noch. Sparen wir noch. Den Blitzschack aller, oder? Gut. Der hätte jetzt auch viel gebracht. In dem Kampf. So. Da oben. Die Doppeltreffer Pfeilring. Gehten wir da noch hin oder so? Achso. Da reichen uns die zwei und wir gehen erstmal. Unten sind wir, glaube ich, zu dem sicheren Schuss. Ja. 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 Ja, macht kritische Treffer schon ziemlich gut. Ja, da weitergehen. Eile, jetzt haben wir schon Eile 2. Und er kriegt jetzt den Spalter mit dem ersten, also Spalter alle. Oh ja, richtig gut. Cool. So siegen. Da wollten wir das. Ne, Rotorrahmen wollten wir nicht. Hier unten. Paralyse. Paralyse alle 2. Haben wir ja schon. Das ist dann Stufe 2. Das ist dann Stufe 2. Was ist oben rechts nochmal? Das ist aber auch krass, ne? Doziert den Schaden durch Angriffe. Aber das ist auch, das ist leider nicht passiv. Und kostet auch 2. Sehe ich grad. Rechts oben, was war das? Ein Hemmschuh. Achso, Tempo. Ist nicht so schlecht. Würden wir auch erreichen. Ja. Wetten wir schon mal. Ja, war Haufen. So war alles. Cool. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt was mache, werden die dann alle zurückgesetzt? Oder sind, ne, hier sind nur die, die übrig sind, ja? Eigentlich schon, weil, weil das müsste ja sonst alle Diamanten hier drin sein. Ja. Das war doch erstmal. Das ist aber nicht, was du da vorhin gemacht hast. Ja, das war ja sehr komisch. Aber wirklich manchmal haut das Klicken nicht hin. Also. Das haben wir merkwürdig. Oh, diese Steinstatue rechts. Hm. Okay. Du musst du mal auf, was auch da sitzt da, ja? Oh, ich hab überhaupt nicht gesehen. Ja, hier geht's dann raus, ne? Ich weiß halt nicht. Na, wir haben jetzt rechts bestimmt noch ganz viel übersehen. Haben wir gar nichts gemacht, ja. Wir sind wieder mitten rein gestolpert in den Bosskampf. Und dann der nächste? Was? Wir haben den ja besiegt, oder? Ich weiß nicht. Oder war das nur so ein Zwischenboss? Was? Wanns. Dez. Wir haben die Kriegen.